Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, dann sind wir zurück. Heute wieder eine Dev Run Map oder einfach nur eine Run Map namens Subway Runners. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden schauen, wie viel, ob es sich rendiert, die Map zu spielen. Wie hoch die XP sind. Wie das Schwierigkeitslevel ist, ob einfach, normal oder schwer. Map Code zu der Map natürlich in der Videobeschreibung. Also, wenn euch das Video, wenn ihr das Video bis zum Ende guckt und euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt mich auch auf TikTok, Instagram und Twitch unterstützen, indem ihr mir da folgt. Ich streame auch regelmäßig natürlich auf Twitch. Auf TikTok würde ich auch gerne streamen. Da müssen wir nur noch die 1000 Follower voll machen. Fehlen noch 600 Parts zerquetschte. Wer das Spiel Subway Surfer kennt, meine Tochter zum Beispiel spielt das sehr gerne, weiß, um was es sich bei der Map handelt. Map Code in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich wiederhole es gerne nochmal. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Ob das Design so gut ist wie bei Subway Surfer. Weil ich kenne das Spiel. Ich habe es einmal gespielt. Wirklich nur ein einziges Mal. Und geht es schon los? Nö. Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, einmal Spiel starten. Und dann lassen wir uns überraschen. So. Jetzt gucken wir direkt zur Null. Jetzt ist die Frage. Gibt es für jede Münze die XP oder nicht? Es gibt für jede Münze XP. Nice. Dann könnte man ja rein theoretisch nochmal zurück. Nein, wir können nicht zurückrennen. Was war denn das? Ähm. Ja, okay. Wir können nicht zurückrennen. Denn dann sind wir tot. Okay. 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 Dieses Mal rennen wir hier lang. Und los. Ich habe ein Ei gefunden. Okay. Sehr interessant. Nein. Oh. Zug. Ähm. Da lang. Da lang. Hier hoch. Ei. Ei. Nein. Scheiße. Ich wollte das Ei haben. Ey. Wir sind aber sehr weit gekommen. Muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie sich die XP rendieren, wenn wir es geschafft haben. Wenn wir es überhaupt schaffen. Okay. Okay. Jetzt rennen wir natürlich hier weiter. Man kann nicht klettern. Okay. Das müssen wir berücksichtigen. Ihr seht natürlich, ich spiele die Map wieder alleine. Denn es macht mehr Spaß. Tatsächlich. Ist schon. Ach komm. Wieso kommt. Da kommst du nicht hoch. Wie soll man das Puzzletail kriegen? Okay. Ich kann nicht sagen, man kommt da nicht hoch. Man kommt bestimmt irgendwie hoch. Aber. Das verlockt halt ein richtig hartes zu holen. Aber ich habe mitbekommen. Und die Seite hier ist einfacher, als die da drüben tatsächlich. Wir spielen jetzt so lange, bis wir die Map durch haben. So. So. Hier lang. Hier lang. Da lang. Äh. Da lang. Da lang. Hier hoch. Da oben war wieder ein Ei, was ich nicht kriege. Da oben ist wieder ein Puzzleteil, was ich nicht kriege. Da war ein Ei. Das habe ich übersehen. Nein. 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 Ich war so weit. Das ist kurz vor Ende. Kurz vor Ende. Ernsthaft? Kurz vor Ende bin ich gestorben. Boah, das war jetzt aber fies. Dann renne ich jetzt nochmal hier lang. Oh, das war ja fies gerade. Die Map ist schön. Tricksen kann man hier nicht. Oh. Oh. Okay. Moment. Moment. Ich bleibe jetzt mit Absicht nur auf dieser Seite. Egal wie viel Coins ich sammle. Da oben ist das eine Puzzleteil. Aber gerade, habe ich das Herz eingesammelt? Ich weiß es nicht. Ich habe es geschafft. Hä? Lol. Es ging... Ja, komm. Sterb. Okay. Nach der großen Münze geht es halt direkt weiter. Das wusste ich nicht. Wir spielen einfach nochmal eine Runde. Das ist ja mal gut zu wissen, dass es da weitergeht. Und man fängt wieder komplett von vorne an. Das ist vielleicht nicht so gut. Man hätte nach der dicken Münze anfangen sollen wieder. Ich weiß gar nicht, wie das bei dem richtigen Subway-Server-Spiel ist. Ob man da auch jedes Mal von vorne anfängt. Ich weiß gar nicht. 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 Hier musst du halt richtig konzentriert sein. Da ging es gerade rein in den Wagen, warum auch immer, okay hier muss ich springen. So. I hammer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Herz haben wir auch. Hier kann ich so rennen, okay. Ah, zu spät gesehen. Nein, 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 nein. Oh, wir haben es geschafft. Nein, 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 nein. Ah. Oh, 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 oh. Oh. Nein. Hör doch auf. Wir müssen vor dem Ding im Ziel sein. Kriege ich nicht mehr hin. Nein. 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 Schade. Schade, weil ich da hängen geblieben bin. Aber ich muss sagen, der erste Eindruck, der gefällt mir richtig, richtig gut. Aber das ist nichts auf Dauer. Deswegen einmal ganz kurz Spiel beenden. Also ich muss sagen, mir gefällt die Map tatsächlich richtig, richtig gut. Und wenn es euch auch gefallen hat, Map Code in der Videobeschreibung, da könnt ihr sie gerne mal selber spielen, alleine oder mit Freunden. Und XP habe ich jetzt nicht darauf geachtet, wie viel ich vorher hatte. Auf jeden Fall, mir hat es gefallen. Ich werde es bestimmt mal mit meinen Kindern zusammen spielen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, damit ich auch weiß, ihr wollt mehr solcher Videos sehen. Schreibt mir Kommentare mit euren Map Codes, mit anderen Map Codes, die ich spielen soll. Dann werde ich das natürlich auch machen. Und ansonsten unterstützt mich auf all meinen Social Media Seiten. Links in der Kanalbeschreibung und unter dem Video. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.